Wie kann man sowas hier hinstellen? Hey, 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 wo wollen Sie denn damit hin? Das ist jetzt anscheinend der Platz für alle Mülltonnen. Herr Horn, können Sie bitte mal ganz kurz kommen? Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Die Straße ist gesperrt, niemand darf rein oder raus. Und was heißt das genau? Ich habe einen wirklich wichtigen Termin. Finden Sie das gut, wo der Müll jetzt steht? Wir haben hier vielleicht eine Terrorzelle. Sie reden die ganze Zeit nur über den Müll. Könnte ich vielleicht mal aus Ihrem Fenster gucken? Kommen Sie rein. Es gibt einen Hinweis, eine Problemwohnung. Die Mieterin, Iranerin, ich spreche von Aktivitäten in Wohnungen, die uns nicht gehören. Die verkaufen schon. Eure Wohnung wird auch verkauft. Gegen Sie liegt ein Hinweis vor. Anscheinend hängen alle Probleme mit diesen drei Wohnungen zusammen, die nicht Ihnen gehören. Wir müssen unseren hochschützen. Sollen wir uns gegenseitig laufen spüren, ja? Weißt du, du bist so ein Arschloch. Die muss jetzt raus und vor! Weißt du, du hast noch gar nichts, was draußen sicher ist. Wir haben es hier drinnen sicher? Wir sollten langsam ernst machen. Leute gegeneinander aufhetzen. Du bist eifersüchtig. Zum Zweifel anregen. Damit können wir umgehen. Aber wissen Sie, was auf der Zelle steht? Ich weiß nicht mal alles.